Malzeit Leute, hier sind wir bei der Werkstatt. Beim letzten Mal haben wir das Ding hinten in die Lackiererei geschoben. Jetzt werden wir das Ding mal ins Museum transportieren. Einmal das. Panzer bewegen. Nein, nicht in der Parkplatz auch nicht. Ausstellungsraum, da wollen wir hin. 1, 2, 3 und 4 war belegt. 1, 2, 3 und 4 müssen nur frei sein. Gucken wir mal. Ah, noch eine logische, Infanterie Support. Gehen wir mal gucken was er sagt. Gehen wir mal hier rein. Gehen wir mal schauen wo er geparkt ist. Wo ist denn unser Schmuckstück da steht. Wunderbar. Am Schick. Jetzt werden wir hier noch das Teil noch einfügen. Wo ist er denn das? Da müsste er sein. Das müsste er sein. Genau. Einmal zurück. Ähm. Da wollte ich jetzt nicht hin. Zurück, da wollte ich hin. Können wir den hier noch machen. Gucken wir hier dran. Ah, da geht noch. Kommen wir dazu hin machen. Genau. Zurück. Deshalb haben wir da komplette Dinge zurück. So. Da haben wir das. Können wir hier noch was dran machen. Irgendwas informatives. Hm. Tiger haben wir leider noch nicht. Easy 8. Okay. Dann machen wir das rein. So. 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 Jetzt sind wir ja noch einen kleinen Teil. Das haben wir noch nicht irgendwo gefunden. Komisch eigentlich. Mir gerade auffällt, wir haben nur deutsche Panzer. Sehe ich gerade. Ah ja. Egal. So. Was sagt denn unser Panzermuseum hier? Nichts hin. Nächster Bericht in 5 Minuten. Ok. Derzeit 164 Besucher. Ok. Gut. 1,2,3,4 haben wir belischt. Ich weiß jetzt nicht wieviel noch mal haben. Jetzt müssen wir zur Werkstatt. War das hier? Ja. Dann gehts zur Werkstatt. So. So. Und da steht ja unser. Ach das war der Wolverine. Immer nur. Na ja. Egal. So. Jetzt gehen wir nochmal hier dran. Haben wir denn eine Post. Ist nett da. Haben wir nichts. Gehen wir erstmal. Also gehen wir nochmal Panzer suchen. Ich glaube wir haben was neues freigeschaltet. Können wir dann mal ausprobieren. Was haben wir denn da? Geländewagen. Oder fahren wir mit dem Quad. Komm wir fahren mit dem Quad. Haben wir ja auch noch nicht. Ja. Mit dem Quad fahren wir jetzt. Aha. Bin mal gespannt was es da gibt. Auf in die Natur. Und einen neuen Panzer suchen. Schauen wir mal. So. Wo ist denn ein Quad drauf? Da stehts ja. Ist ja schick. Was kann man denn da drauf machen? Ach der Magninometer ist das. Den haben wir noch nicht ausprobiert. Was haben wir hier? Alter ist der Laptop. So. Machen wir euch schnell ein Foto machen von dem süßen Ding hier. So. Wo müssen wir denn hin? Komm mal. Da unten rechts müssen wir hin. Ok. Wie war das jetzt nochmal? Einsteigen. Jawohl. Aha. Knappert vor die Schenier. So. Entschuldigung. Hier ist jetzt was. Hier rechts. Knappert an. Motor aus. Und ab. Genau. Klappen um hochzuhören. Ok. Wie geht das jetzt hier mit dem Ding? Untergrund. Ja. Alles klar. Die Erde an. Nach dem Scannen solltest du am Laptop in der Schenier. Ach. Natürlich. Im Karten. PPRs können wechseln. Na. Arbeit anzeigen. Ok. Dann machen wir das mal. Wo müssen wir denn hin? Hier muss man hin. Arbeitet das Ding jetzt schon oder nicht? Keine Ahnung. Das Ding jetzt schon funktioniert. Schaut ganz aus. Ich glaube da unten her kommt nicht die Ausfahrungsstelle rein. Blau ist. Dann haben wir den komplett ins Kreis geskettet glaube ich. Kann ich mir so vorstellen. Wir werden es sehen. Wollen wir da auch ein Schellformat machen. Wenn nicht auf Lolo. Ja. Was habe ich aber gefunden? Ah. Steuerung. Anzeigen. Fix Blötchenwechsel. Ok. Da ist gut. Ach. Da guckt er sogar raus. Da guckt. Da guckt. Da guckt. Da. Da. Da ist der Panzer. Cool. Hören wir mal auf M. hin. So. 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 Ob die irgendwann noch kommen. So. 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 Now. Da sehe ich jetzt nichts von Kleinteilen. Ok, dann können wir jetzt den Bildschirm wieder wechseln. Klingen wir mal aus. Der Metalldetekt war auch ok, oder? So, stellen wir mal da hin. So, jetzt am Laptop stand da eben. Da ist aber auch irgendwas da. Da ist nämlich auch irgendwas Metalliges. Da ist der Panzer. Aber da ist auch irgendwas. Metallobjekt. Skala bei der Oberfläche. Geringe tief und unter und tief. Ok. Ich habe natürlich kein Ding jetzt hingesetzt. Das ist blöd. Da muss noch irgendwas sein. Da machen wir. Wir haben etwas gefunden. Wir fangen erst mit dem Panzer. Dann kupfen wir noch mit anderen Dingern. So, da steht ja wieder voller Wasser hier. Und dann... Das ist halt. Und dann kommt es hoch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eigentlich nicht tief, sondern... Funktioniert halt mit der Schraufel aber nicht so ganz. Warum nicht? Das hat schon die Logik jetzt hier. Ja, das ist nicht... Komisch. Kein nix, Bruder. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ob man wahrscheinlich noch was ausbaggern kann. Farben, hab ich schon. Ja, ist das Ding. Das eignen sich schlichte Auskommensarbeit im Grunde. Wenn die Schien dann ist... Ja. Schickt das alles wieder weg von hier raus. Oh. Oh, das ist nicht klar. Was ist das? Ja, das ist nicht. Das ist ja komisch. Ich könnte natürlich auch nicht schicken. Der Panzer wurde bereits geboren. Kannst du gar nichts mehr machen. Das ist natürlich doof. Ich hätte schon ein paar Peinteile am liebsten gehabt. Das geht nicht. Vielleicht vorher machen sollen. Nächstes Mal verliebt irgendwas. 100 pro. Kann man jetzt nichts mehr machen. Einmal rein. Ein Metallobjekt. Wir haben einen Panzer geboren. Wir haben unseren Tiger. Das ist normal. Das ist normal. Zurück zur Werkstatt. 7% ist der Panzer. Boah. Das ist nicht viel. Ich guck mir das schöne Schmuck da noch an. Dann ist die Folge leider schon wieder zu Ende. Wo ist er denn? Da ist er ja. Unser erster Tiger. Schick. 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 Aber schon wieder ein deutscher Panzer. Super. Gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder wenn wir hier dran arbeiten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.